Oh, der ist böse. Wann hattest du deinen letzten Nord-Muss? Oh! Ach, da denkt man doch auch nicht dran an den letzten. Nein, kann ich dir nicht antworten. Da musst du trinken, wenn du nicht antworten kannst. Ja. Janik! Was soll ich tun? Ja, Janik, das kann man doch nicht trinken. Dann wäre ich... Janik, ich werde krank. Oh! Mh! Mh!